Wieder zum Häuschen? Gary, es tut mir doch so leid Gary, komm heim Als ich meine Hose Versen habe Das muss ich wieder anmachen Die große Gräbbel Was ist das hier? Hose zerrissen Spongebobbe Und zwar Nein, das ist kacke Nein, das ist da Video wiederholen Am Zerrissen habe Nur weil ich meine Hose zerrissen habe Ja, das ist doch die Folge, wo er so eifersüchtig auf Larry ist, weil Sandy mit ihm so viel macht Ja Wo er die ganze Zeit nur rumgeschätzt hat mit der zerrissen Hose, dass dann keiner mehr Bock hatte Zerrissen hat Da kommt ein Auto Jetzt bin ich Tyron Ich muss das manchmal machen, ich habe kacke geflogen Wo Hier liegen 131 Gold und ich bin voll und 14 und du Hier liegt noch mehr Gold. Ich sag nur, da liegt Gold, ich hör schon, wie die Wände eingeschlagen werden. Schau mal, wie der hinsprinten tut. Der Notgeile. Hier ist ein Katana und ich hab keinen Schlüssel. Digger, hab hier ein Psychopath drin dann zum Gold hin, Alter. Ich sag nur, jetzt liegt hier wieder Gold und ich hör, wie sofort auf eine Wand geschlagen wird. Ich lauf schon ganz gemütlich, jeder auf einmal sprintet dann vorbei, Digger. Nico, Explo. Ich versorg dich aktiv mit den Explos, Digger. Ich lauf so ganz gern hin zum Gold, Digger, rennt einfach an mir vorbei. Taktik-Sprint, Digger. Mache zum Brot, Digger. Und wieder einen Hänger gehabt. Ich auch. Immer hier, wenn wir hier landen, hab ich so einen Ruckler oder einen Hänger. Ja. Nimm mal hier das Schild, du Hänger. Wirklich, ne? Vor allem so richtig mit Totenstille und Marathon, Digger. Ihnen war alles scheißegal, Digger. Flinke Hände. Die Feuchten waren liegen, Digger. Ich hab grad absolut nicht Verbände rumgeworfen. Ich hab mich grad nicht im Heu versteckt. Hm? Oh nein, ich bin wieder benannte Orte besuchen. Bitte nicht, Digger. Ja, ha, ha. Dick, aber wie auf Deutsch, als singt der, äh, der, äh, der, äh, der ist ein alumprecher, ist halt einfach krass, ne. Der singt jetzt nicht wie Spongebot, der singt jetzt als wenn er gerade um seine Familienähre kämpfen würde. Ey Sascha. Gold. Hopp, remt. Schau wie er remt, schau an, ist alles egal, mit dem Katana sogar. Ja, natürlich, Digga. Er kriegt sich kaputt. Das dauert hier ein bisschen. Er will sich beeilen, Digga. Bleibt halt einer, man Teng schlägt auf die Eier die ganze Zeit. Das dreimal schneller gewesen wird nur den Eingang benutzt, der ist. Ich hab sechs Softbox. Fühl dich. Ich nehm doch den Springler mit. Herr Springler. Arbeitest du? Es ist Samstag, ich bin arbeitslos. Oh, oh, ein exotischer Zufall. Eine Beschleuniger-Schrotflinte. Die ist gut. Nimm mal Kopfgeld in den Haaren. Der, ich mach jetzt mit dir Aufklärungsruhe auf. Nein, du Wichser! Ich hätte noch einen Ticken schneller drücken müssen, dann hätte ich's doch vor dir weggenommen. Digga, vor allem, wie deswegen durch mich durchgeflogen ist, Alter. Das Spiel war gewickt, Digga, aber ich hab trotzdem gemacht. Trotzdem gewinnt. Ja, ich bin halt Chris Redfield, ne? Rotfeld. Da vorne, da vorne, da vorne. Einer schon hoch. Die, die, die. Nein. Gott, wir hatten die vergewaltigt. Ja. Boah, jeder hat einen Klick gemacht. Weißt du, wie man das nennt? Jetzt kommt's. Carsten Stahl. Jeder hat seinen Job gemacht. Ja, der ganze Trupp. Jeder hat einen Satz, Alter. Jeder hat einen Satz gezeigt. Ja. Mitarbeiter als Note 1. Weeeee! Ich hab's absolut nicht verkackt, in die Strömung reinzukommen. Ja, ich hab's gesehen. Hauptsache, ich hab's aber aus dem Wasser rückwärts reingeschafft. Was gibt's hier Schönes? Der ist ja grad schön teuer hier, schon wieder bei der Tankstelle. Lass mich raten. Ja, das ist 3 Euro. 3 Euro, Digga. Alter. Ja, bei uns ist es mittlerweile wieder so schweineteuer geworden, ey. Sascha kann schon gar nicht lachen, Digga. Bei dem ist es in der Realität. Schaut's auf mich. Bot. Die, die, Failure. Der, ich mach jedes Mal, dieses eine Minen nach, ne? Ich glaub, Clone Wars war das. Da war auch dieser Mandalorian, ne? War hinter mir. Oh, fuck. Der einfach nur Failure sackt und den einen dann voll in die Fresse schießt er im Boden. Noch ein Hit hinterher. Mann, Dreckspot. Er ist One-Shot. Er ist absolut One-Shot. Von links gab's auch noch einen Shot irgendwo. Vor euch irgendwo. Er ist komplett One-Shot. Links irgendwo auch noch. Failure. Der sniped. Das ist ein Bot. Wer sich umgedreht hat. Der ist One-Shot. Hab's schon gesehen, wie er sich umgedreht hat, Neko? Tot. Oh, mit Dreckson. Fluffy Sardine heißt er. Schaut dir jemand zu? Ne. Das war ein Bot. Ja, Neko, wir schießen ihn an. Die Sekunde, wo er Shieldwork ist, macht auf einmal 180 Grad Drehungen rückwärts zum Stein, Digga. Das ist wie so, dass es ein Spiel hat wie so, ja. Der ist ja nicht gemeldet. Aufgrund einer Bewegung. Aufgrund Behinderung. Aufgrund zu hoher Empfindlichkeit, Trolling. Aufgrund zu vergrüben. Wir müssen einfach nur jetzt wissen, wo die Scheißのでutung kommt. Der Tarn hat dazu das jetzt auch als Schuss angezeigt, ne. Visuell. da rennt einer der geht glaube ich in den keller von der familie jäger ja hinterher oder der ist in den jägerkeller gegangen ja da kommt noch einer ich bin nicht so schnell ich muss nachgabe ich bin da stellt der film ich finde ich ja ich kann nichts machen ich bin nicht so schnell wie hier er hat ein explodier da durch eine lust die wollten an den lüttrop der da war ja wo ich bin bei der katana hier glaube ich sascha hier zudy war nix mehr drunter wir haben tatsächlich den raum aufgemacht hier ist noch ein 3d manöber aber ein gebrauchtes ich nehme auch einen katana wenn ich schon solider katana sehe wenn mein ding fast leer ist dann nehme ich alle shots von wo wir kamen oben der eine ist runter gesprungen der geht nach rechts hier rum einer ist vor uns auf dem ding oben der wo ist der bitzer der links ist ja das ist so unfair ich höre halt wirklich gar nichts aber hauptsache wird angezeigt ich glaube oben bei dem ding ist hier irgendwo da halt jemanden oh mein gott so widerlich einfach kommt außen nichts und tu noch die abbumsen hier die sind komplett am arsch und wir kommen jetzt einen netten weg alter da ist noch einer vor uns er kommt es sind zwei links an der holzhütte ist auch noch einer das ist darf weder hinter uns auf dem berg auch da darf weder ist hochgezogen der kommt mit dem 3d mal diesen hier boah da kommt ich fall runter weil er l2 nicht nimmt ich brauche medikett oder so kommen wir zu mir jetzt noch ein bürger ist der lila kampfschrofflinde und den katar man die dann ist danke die insel wurde noch nicht eingenommen könnten hin gehen wir können twy was sagen wir hier ist ein rift da ist keiner oben warum gehen die nicht hoch alter was ist denn heute los da vorne sind welche die gucken auch schon hierher einer mit dem manöver nach links ihr könnt schießen ich bleib drin ich nehm auf jeden fall einen positioniert euch weiter links gucken alles mit manöver nach links da fliegt da der andere ist noch da der andere hat zwei hits drei der shitbrick er descht mit dem katana weg sniper shot an uns ja der der hier läuft dahin der shitbrick ich glaube ich nehme jetzt auch mal wieder einen impuls hier ist auch eine goldene kampf ja die war dann gefunden jetzt kommt der dämonöver ich komme mal in die andere richtung das nix kommt der eine der eine descht hier rüber wir müssen die zone gehen also immer gehen wir die zone rein oder wir gehen runter und ficken die still weg sind da auf jeden fall sein ist nach hoch natürlich dicker wenn ich einen headshots drücke mich viel weg ja moin ich geb ihm drei headshots und rutschappel rum digger gib ihm den headshot schieß weiter lass die nicht hochkommen es sind zwei dauert einer wieder ab mit manöver da gibt es würde ich einfach pushen digger der sniper sonnit das pushen die sind alle weg komm der eine haut hier ab hab ihn angeschossen er ist weg hier vorne hinter uns ist noch einer rechts vor uns ist einer ich werde von hinten beschossen immer noch der mann geschossen ich gehe auf ihn los er schiebt weg ab ihn bei mir ist noch einer bei mir unten hin uns noch mehr shots vor uns der brett hat ruhig retter vor uns vor uns dauert ab richtung rennsträge mit manöver ich würde sagen links rum weg links rum weg das sind vor uns welche und rechts von uns welche da vorne ist einer das wort hat nichts mehr sehr gut über 100 meter ich gehe hin er hat mit manöver ab ja ich gehe nicht hinterher der fliegt genau in die andere richtung die ganzen gegner sind der wird auch beschossen da vorne rennen ganz viele rum die rennen davon alle alle am rennen das sind die also da hinten sind die anderen das sind glaube ich die letzten jahr vier gegner sind es noch passt auf dass er nicht von rechts irgendwo kommen kämpfen dann hin oder oder wir gehen rechts noch mal in die border rein noch mal in die border rechts in die border und dann bekämpfen hier vorne ist ein berg wo wir rauf können die sind ja auch schon bei mir ist einer mit manöver der fliegt an euch vorbei ich bin auf dem berg hoch bei mir sind welche bei mir bei mir bei mir ich muss mich heilen einer slow der andere ist auch low der andere ist down bei euch ist noch einer bei mir ist auch noch einer der hat mich gefinished der 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 auch noch einer hier oben bei mir natürlich sogar der steck ich klicke da kommt wieder ja komm her komm her die zonen digga ja kann es vergessen echt ein bomb oh mein gott dreier shoulder und ich habe kein manöver mehr das ist nicht kleiner bord ich hätte noch einen katana glaube ich oder manöver katana oder lass es sich ficken ein stück fest Ja! Zauber! SWEET! Immer nochmal, twerk, 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 twerk! Zehn Kills, Digga! Sechs Kills, neun Assists, Digga! Die Assist-Hure wieder, ja! Ich hab mehr Assists, wie du, ich hab zehn!